Hey Kniffelixer, hast du Lust, mir und Felix beim Lösen der Kniffeligen Alltagsrätsel zu helfen? Dann tue ich mich mit den anderen Kniffelixern zusammen und werde Teil unserer Kniffelix-Gemeinschaft, der sogenannten Kniffelix-Community. Die Community besteht aus unserer mit dir, die Spaß am Rätseln und Entdecken haben. Zu unseren Rätselmissionen findest du jeweils Community-Aufträge, die du zusammen mit anderen Kniffelixern bearbeiten kannst. Du findest sie in der Missionsübersicht oder am Ende einer Mission. Auf den grünen Community-Seiten kannst du dich mit mir und den anderen austauschen, indem du Kommentare schreibst und Bilder hochlädst. Unsere Webseite ist ein sogenannter Blog, was bedeutet, dass du an unseren Seiten kräftig mitmischen und dich mitteilen kannst. Um dich mitzuteilen, schreibst du einfach in das Kommentarfeld unter dem jeweiligen Blogbeitrag. Du kannst an dieser Stelle auch Bilder hochladen. Du kannst dir einen Spitznamen ausdenken, unter dem dein Kommentar veröffentlicht werden soll oder Kommentare ganz einfach anonym abschicken. So möchten wir deine persönlichen Daten schützen. Gib nie unbedacht deinen richtigen Namen im Internetpreis. Bitte wundere dich nicht, wenn dein Kommentar nicht sofort unter einem Beitrag erscheint. Alle Kommentare werden zuerst vom Kniffelix-Team gegengelesen, bevor sie veröffentlicht werden. Das kann eine Weile dauern. Wir wollen dadurch zum Beispiel sicherstellen, dass niemand beleidigt oder beschimpft wird. Alle sollen Spaß an unserem Blog haben. Viel Spaß an dem Kniffelix. Viel Spaß an dem Kniffelix. Zuschmusic für den Kniffelix-Team. Wir wollen uns beim Kniffelix- JOSHI Zие glacier in den Kniffelix tatsächlich auf dem Kniffelix. Also, wir wollen uns姿w gingen, denen wir nachdem, die wir die Kniffelix an dem Kniffelix an hundredkriegbr身, Vielen Dank.